Peppa und Schorsch tragen ihre Badeanzüge. Mama Wutz trägt ihren Bikini. Papa Wutz trägt seine Badehose. Die Sonne brennt so heiß. Ihr braucht Sonnencreme. Äh, das ist ölig und eklig. Bäh. Ho, 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 ho. Macht nicht so ein Theater. Ja, wir müssen uns alle eincremen. Oh, hi, 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 hi. Los, komm, Schorsch. Pumpen wir Luft ins Planschbecken. Papa Wutz pumpt Luft ins Planschbecken. Baby-Eier leicht. Peppa hält den Schlauch und Mama Wutz dreht den Hahn auf. Wo bleibt das Wasser? Im Planschbecken ist es einfach herrlich. Dürfen wir jetzt vom Sprungbrett springen? Tut mir leid, Peppa. Die Sprungbretter sind nur für die Großen. Oh, macht euch nichts draus. Ihr könnt zugucken, wie ich springe. Dummer Papa, dein Bauch ist doch zu dick. Ho, ho, Unsinn. Als ich jung war, habe ich beim Springen Preise gewonnen. Aber das ist doch schon eine Weile her, Papa Wutz. Zum Glück habe ich mich stark und fit gehalten. Bitte halt meine Brille, Mama Wutz. Ihr habt eine bessere Sicht, wenn ihr von der Seite aus zuseht. Bitte spritz uns nicht mit Wasser nass, Papa. Natürlich spritze ich euch nicht nass, Peppa. Ich glaube, ich brauche ein höheres Brett. Bitte sei vorsichtig, Papa Wutz. Ja, spritz uns nicht nass, Papa. Ho, ho, keine Sorge, Peppa. Bitte spritz uns bloß nicht nass, Papa. Ich habe doch gesagt, dass ich nicht spritze. Schlauer, Papa. Gut gemacht, Papa Wutz. Mein Handtuch brauche ich nicht. Ich habe einen besonderen Trick, mich zu trocknen. Ja. Papa Wutz hat alle mit Wasser nass gespritzt. Papa Wutz. Entschuldigt bitte alle. Willst du mit Peppa vielleicht im Meer planschen? Ja, Papa, bitte. Zieht erst eure Schwimmflügel an. Das war's schon. Du siehst sehr schick aus mit Schwimmflügeln, Schorsch. Und jetzt komme ich dran. Gut. Jetzt geht's ab ins Wasser. Hurra! Ist das Wasser kalt? Es ist herrlich und warm. Ah! Oh! Halt, halt! Du hast angefangen, Papa Wutz. Ups! Ich glaube, wir haben genug gespritzt. Hui! Papa, ich liebe den Strand. Hol mir bitte einen Eimer. Ja, Papa Wutz. Peppa, hol mir etwas Eifel. Ja, Papa Wutz. Und Schorsch, hol du mir den alten Tennisschläger. Pff, 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 pff. Ein Eimer? Etwas Seife? Ein Tennisschläger? Was hat Papa Wutz damit vor? Erst brauche ich Wasser. Dann die Seife. Und jetzt bitte den Tennisschläger. Pff, pff. Papa Wutz hat seine eigenen Seifenblasen gemacht. Alle mir nach. Kommt alle mit. Pass auf, Papa Wutz. Nicht, dass du hinfällst. Mir passiert schon nichts. Alles in Ordnung, Papa Wutz. Ja, alles in Ordnung. Ah, tschi. Wow. Papa Wutz hat eine riesengroße Seifenblase gemacht. Oh weia. Ich habe die ganze Seifenlauge verschüttet. Jetzt können wir keine Seifenblasen mehr machen. Aber jetzt können wir in Matschepfützen herumspringen, oder? Papa Wutz Seifenblasen haben eine große Matschepfütze gemacht. Hurra. Peppa liebt es, in Matschepfützen herumzuspringen. Guckt mal. Die Seifenblasen haben die Pfütze ganz blasig gemacht. Peppa liebt es, in Matschepfützen herumzuspringen. Alle lieben es, in Matschepfützen herumzuspringen. Erschüchtern. Emily, sollen wir mein Lieblingsspiel spielen? Was ist dein Lieblingsspiel? In die Matschepfütze springen. Das ist auch mein Lieblingsspiel. Peppa liebt es, in der Matschepfütze herumzuspringen. Emily liebt es, in der Matschepfütze herumzuspringen. Das macht bestimmt Spaß. Juppie. Und Madame Gazelle liebt es, in der Matschepfütze herumzuspringen. Alle lieben es, in der Matschepfütze herumzuspringen. Emily, hat dir dein erster Tag in unserer Spielgruppe gefallen? Ja, Madame Gazelle. Und, hast du auch schon viele neue Freunde? Ja! Emily Elefant ist meine Freundin. Emily ist meine Freundin. Und meine. Und meine. Und meine. Und meine. Und meine. Emily, wen magst du am liebsten? Ähm, ich mag Lucio und Klausi und Zoe. Und Luisa. Und Petro. Und Peppa. Armer kleiner Fisch. Er sitzt in der Falle. Au. Der kleine Fisch sagt, er möchte schnell wieder zurück ins Meer. Vielleicht kannst du ja dein Eimerchen nehmen und ihn damit retten. Ja. Peppa rettet den kleinen Fisch mit ihrem Eimer. Keine Sorge, Herr Fisch. Du bist bald wieder bei deinen Freunden. Wiedersehen, Herr Fisch. Wiedersehen. Ich liebe Felsbecken. Dürfen wir jetzt vom Sprungbrett springen? Tut mir leid, Peppa. Die Sprungbretter sind nur für die Großen. Oh. Macht euch nichts draus. Ihr könnt zugucken, wie ich springe. Dummer, Papa. Dein Bauch ist doch zu dick. Ho, ho. Unsinn. Als ich jung war, habe ich beim Springen Preise gewonnen. Aber das ist doch schon eine Weile her, Papa Wutz. Zum Glück habe ich mich stark und fit gehalten. Bitte halt meine Brille, Mama Wutz. Ihr habt eine bessere Sicht, wenn ihr von der Seite aus zuseht. Bitte spritzt uns nicht mit Wasser nass, Papa. Natürlich spritze ich euch nicht nass, Peppa. Ich glaube, ich brauche ein höheres Brett. Bitte sei vorsichtig, Papa Wutz. Ja. Spritz uns nicht nass, Papa. Ho, ho. Keine Sorge, Peppa. Bitte spritz uns bloß nicht nass, Papa. Ich habe doch gesagt, dass ich nicht spritze. Schlauer, Papa. Gut gemacht, Papa Wutz. Mein Handtuch brauche ich nicht. Ich habe einen besonderen Trick, mich zu trocknen. Ja. Papa Wutz hat alle mit Wasser nass gespritzt. Papa Wutz. Entschuldigt bitte alle. Es hat die ganze Nacht geregnet und der Garten ist ganz nass. Mama Wutz trägt Gummistiefel, Papa Wutz trägt Gummistiefel und Schorsch trägt auch Gummistiefel. Peppa trägt immer noch ihre roten Schuhe. Schorsch will im feuchten Gras spielen. Oh je, Peppa spielt auch gern im feuchten Gras, aber sie will ihre Schuhe nicht nass machen. Ich kann leider nicht mit dir spielen, Schorsch. Oh. Schorsch springt gerne durch den Matsch. Peppa springt auch gerne durch den Matsch, aber sie will ihre neuen Schuhe nicht dreckig machen. Oh. Mama und Papa springen auch gerne durch Matschepfitzen. Wirklich alle springen gerne durch Matschepfitzen. Was hat Peppa vor? Aha. Peppa zieht ihre Gummistiefel an. Ich liebe Matschepampe, aber nur mit Gummistiefeln. Eigentlich Sandburgen bauen, aber jetzt ist der Strand ganz voll mit Schnee. Dann bauen wir eben Schneeburgen. Ui. Zuerst füllen wir Schnee in die Eimer. Dann drehen wir die Eimer auf den Kopf, klopfen oben drauf und schwuppdiwupp eine Schneeburg. Eine Schneeburg. Also ich liebe den Strand. Ich liebe den Schnee. Und ich liebe den Strand und den Schnee. Oh je, Schorsch hat seinen Schwamm in eine Matschepfütze fallen lassen. Schorsch, du machst ja alles wieder ganz schmutzig. Ich mach das mal sauber. Peppa, nimm nicht das... Schmutzwasser. Oh je, jetzt ist das Auto aber wirklich schmutzig. Oh. Macht ja nichts. Wir nehmen den Gartenschlauch und spritzen es ab. Ja, ja. Ich halte den Schlauch. Peppa hält den Schlauch und Papa Wutz stellt das Wasser an. Wo bleibt das Wasser? Ah. Oh, Peppa. Halt. Entschuldigung. Oh. Papa Wutz, bitte stell das Wasser ab. Oh. Keine Bade. Oh je, alle sind komplett nass. Jetzt ist das Auto sauber. Wir sind alle sauber. Heute regnet es ein bisschen. Peppa, Schorsch, zieht eure Regensachen an. Wenn es regnet, müssen Peppa und Schorsch ihre Regensachen anziehen. Peppa und Schorsch mag seinen Regenhut nicht tragen. Peppa. Du musst deinen Hut anlassen. Warum? Weil du trocken bleiben sollst. Warum? Weil du dich erkälten könntest. Warum? Schorsch, willst du draußen spielen oder nicht? Dann lass deinen Hut an. Komm mit, Schorsch. Peppa und Schorsch wollen in Matschepfützen herumspringen. Schorsch möchte seinen Regenhut nicht tragen. Peppa, Schorsch. Kommt ins Haus. Es regnet jetzt zu stark, um draußen zu spielen. Oh, Schorsch, wo ist dein Regenhut? Hatschi. Schorsch hat sich erkältet. Hatschi. Armer kleiner Schorsch, du hörst dich gar nicht gut an. Keine Sorge, ich rufe Dr. Braunbär an. Dr. Braunbär am Apparat? Aha. Stecken Sie Schorsch ins Bett. Ich komme gleich vorbei. Danke, Dr. Braunbär. Wiederhören. Muss Schorsch denn jetzt ins Krankenhaus und bekommt Medizin? Nein. Schorsch muss einfach nur ins Bett. Oh. Dann ist Schorsch ja gar nicht richtig, wirklich krank. Hatschi. Iiiiih. Das ist ekelhaft. Armer Schorsch. Ich bring dich gleich ins Bett. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Peppa Wutz. Die Zugfahrt. Peppa und ihre Freunde machen heute eine Zugfahrt. Herr Löffel ist am Schalter. Wie viele Fahrscheine? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Kinderfahrscheine und einen Lehrerfahrschein bitte. Bitte Kinder, die Fahrscheine nicht verlieren. Darf ich bitte die Fahrscheine sehen? Ähm, mein Fahrschein ist weg. Armer Pedro. Du musst besser aufpassen. Da ist dein Fahrschein. Oho, verliere ihn aber nicht noch mal. Da kommt der Zug. Tuff, Tuff. Frau Mümmel ist die Lokführerin. Alles einsteigen. Hurra. Tuff, 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 der Zuf, der fährt jetzt ab. Keuch und schnauf, Keuch und schnauf, Tuffetit, Tuffetit, Tuff. Annoch, ihr sind eure Arbeitsblätter. Oh. Die Kinder sollen nach allem Ausschau halten, was auf dem Arbeitsblatt steht. Ein Boot. Ein Signalpfosten. Und ein Tunnel. Ich sehe Bäume. Sind Bäume auf dem Blatt? Äh, nein. Und ich sehe Wolken. Sind Wolken auf dem Blatt? Nein. Ich sehe Opa Clef. Ahoi, au. Hallo, Opa Clef. Ist Opa Clef auf dem Arbeitsblatt? Aber Peppa, mein Opa ist doch nicht auf dem Arbeitsblatt. Aber er fährt mit einem Boot. Und ein Boot ist auf dem Blatt. Hurra. Die Kinder haken das Boot auf dem Arbeitsblatt ab. Fahrscheine, bitte. Herr Löffel kontrolliert bei allen die Fahrscheine. Ähm, ich habe meinen Fahrschein wohl verloren. Oh je, Binde. Da ist doch dein Fahrschein, Pedro. Du hast auf ihm gesessen. Pass auf, dass du ihn nicht noch mal verlierst, Pedro. Bergauf fährt der Zug langsam. Hui. Bergab fährt der Zug schnell. Madame Gazelle, mir ist ein bisschen schlecht. Kann ich bitte nach vorne gehen? Maybe, Pedro. Du kannst nach vorne zur Lok gehen. Tufli Tapp, Tapp, Tufli Tapp. Hallo, Pedro. Fühlst du dich nicht so gut? Möchtest du auch einmal den Zug steuern? Au ja. Tufli Tapp, Tufli Tapp, der Zug fährt auf und ab. Keuch und Schnauf, Keuch und Schnauf. Tufli Tufli Tapp. Tufli Tapp, Tufli Tapp, Tufli Tapp, Tufli Tapp. Tufli Tapp, Tufli Tapp, Tufli Tapp. Meno, wir hatten noch gar keinen Tunnel. Oh, es ist dunkel. Wir sind im Tunnel. Der Tunnel ist die letzte Aufgabe auf dem Arbeitsblatt. Hurra. Endstation. Alle Mann, bitte aussteigen. Aber Madame Gazelle, wie kommen wir denn jetzt nach Hause? Ho, ho, Peppa, aber da sind wir doch schon. Der Zug ist einen großen Kreis gefahren. Fahrscheine, bitte. Pedro hat wieder seinen Fahrschein verloren. Pedro, kann ich bitte meine Mütze wiederhaben? Da ist Petrus Fahrschein. Ja, da habe ich ihn hingetan. Elena Esel. Hallo, Papa, Wutz am Apparat? Monsieur Wutz, comment allez-vous? Oh, das Telefon ist kaputt. Qu'est-ce qu'on fait-il en Allemagne? Il y a la pluie ou le soleil? Siehst du, das Telefon redet Unsinn. Allo, comment allez-vous? Allo, Monsieur? Est-ce que Elena peut rester un jour? Oui. Elle est dans le train. Au revoir, das war Monsieur Esel. Er spricht Französisch. Ah, habe ich mir gedacht. Mama, was hat Monsieur Esel denn zu dir gesagt? Er hat gefragt, ob Elena uns besuchen kann. Oh, prima. Elena Esel ist eine ganz besondere Freundin von Peppa. Sie wohnt in Frankreich. Elena kommt zu uns, um Deutsch sprechen zu üben. Juhu. Wir müssen uns beeilen. Elenas Zug kommt gleich an. Endstation, alle aussteigen. Da ist Elenas Zug. Elena. Bonjour. Bonjour ist Französisch und heißt Guten Tag. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur Esel. Liebe Güte, ist der Riesenkoffer von Elena? Ja, Elena hat ein paar Kleinigkeiten mitgebracht. Lauter Dinge, die es hier nicht gibt. Käse, Brot, Tomaten, Wasser. Au revoir, Elena. Ich komme dich morgen Abend wieder abholen. Wo soll ich Elenas Gepäck hinbringen? In mein Zimmer. Nach ganz nach oben im Haus. Und das ist dein Gepäck für nur eine Übernachtung? Oh, yeah. Deshalb ist es ja auch nur ein ganz kleiner Koffer. Also, Elena ist ja hier, um Deutsch zu üben. Wir müssen ihr alle dabei helfen. Ja, klar, Mama. Ja, zuerst muss ich mich entschuldigen, dass ich noch nicht gut Deutsch spreche. Oh, du sprichst nicht so schlecht. Das ist sehr nett, Monsieur Wutz. Aber darf ich Ihnen eine Frage zur deutschen Sprache stellen? Aber natürlich. Ich bin Experte für Sprache. Frag nur. Sind Infinitive eine Form unregelmäßiger Verben oder intransitiven Pronomen? Ähm... Es ist ja wirklich schon spät. Sollen wir nicht Elenas Bett machen? Mama, Mama? Kann Elena nicht in meinem Bett schlafen? Mit einem Kissen an jeder Seite? Gute Idee, Pepper. Pepper und Elena schlafen im selben Bett. Mit einem Kissen an jeder Seite. So, Kinder. Versucht zu schlafen. Morgen wird ein aufregender Tag. Elena geht mit in eure Spielgruppe. Boah. Dormez bien. Dormez bien ist französisch und heißt schlaft gut. Ich bin doch gar nicht müde. Wir können ja was singen, um müde zu werden. Ja. Frère Jacques, Frère Jacques, Dormez vous, dormez vous. Sonne les matines. Bei dem schönen französischen Lied schlafen alle ein. Ding, dong, dong. Elena geht heute mit in Peppers Spielgruppe. Madame Gazelle, das ist meine französische Freundin, Elena Esel. Bonjour. Ah, bonjour Elena. Elena hat gestern ein sehr schönes französisches Lied gesungen. Können wir ihr nicht eins von uns beibringen? Wie wär's mit dem Bing-Bong-Song? Ja. Singt mir das Bing-Bong-Lied vor. Es ist gut für mein Deutsch. Me oui. Wir machen Musik und wir singen ein Lied mit nem Bing und nem Bong und nem Buu. Bang, bing, buu. Bing, bang, bing. Bing, bang, bingeli, bongeli, buu. Bang, bing, buu. Bing, bang, bing. Bing, bang, bingeli, bongeli, buu. Gut, jetzt habe ich viele neue Wörter gelernt. Bing, bong, bingeli, bongeli, buu. Auf der Kirmes. Heute sind Peppa und ihre Familie auf der Kirmes. Ich liebe die Kirmes. Rutsche. Schorsch möchte auf den Ringelkringel. Ja gut, dann bis später. Dann bis später. Hereinspaziert. Fangt das Entchen und gewinnt nen Riesentädie. Mama, können wir auch mal? Na gut. Zwei Euro bitte. Zwei Euro? Alles für einen guten Zweck. Hol den Riesentädie, Mama. Ich versuch's, Peppa. Aber ich fürchte, das ist nicht so einfach. Das stimmt. Sie haben keine Chance. Was? Es ist unmöglich. Geldverschwendung, wenn Sie mich fragen. Das wollen wir doch mal sehen. Mama Wutz hat gewonnen. Hurra! Unglaublich. Hier ist ihr Riesentädie. Hättest du nicht lieber einen kleinen Teddy, Peppa? Kommt nicht in die Tüte. Guck mal, Mama. Ein Riesentädie. Er ist etwas groß. Ist er gar nicht. Schorsch und Papa Wutz stehen am Ringelkringel an. Hm. Der ist ja doch ziemlich hoch, Schorsch. Bist du sicher, dass du da rauf willst? Zwei Euro bitte. Zwei Euro? Ist alles für einen guten Zweck. Oh weh. Es ist doch ein bisschen hoch für Schorsch. Keine Angst, Schorsch. Ich komm rauf zu dir. Das macht zwei Euro. Bitte. Oh. Schorsch hat keine Angst mehr vor der Höhe. Oh. Es ist schon ein bisschen hoch hier. Ich nehme lieber die Treppe. Die Treppe ist voller Kinder. Da geht's nach unten, Papa Wutz. Oh. Also gut. Oh. Hereinspaziert. Schießt auf die Scheibe und gewinnt einen Riesentädie. Das schaffst du doch locker, Mama. Wir brauchen doch nicht noch so einen Riesentädie, Pepper. Keine Sorge, sie gewinnen nicht. Frauen haben dabei keine Chance. Entschuldigung, was haben sie gesagt? Es ist ein Geschicklichkeitsspiel. Wie viel kostet ein Schuss? Zwei Euro. Mama Wutz hat gewonnen. Unglaublich. Hier ist ihr Riesentädie. Hurra. Ich will auch so einen Teddy haben. Bitte, Mama. Der ist viel zu groß. Ist er gar nicht. Papa Wutz und Schorsch fahren mit dem Riesenrad. Festhalten, bitte. Oh, das ist wirklich hoch. Oh. Gut, dass es vorbei ist. Fünf Riesenradrunden für zwei Euro. Fünf Riesenradrunden? Oh, nein. Oh. Hereinspaziert. Tretet näher. Messt eure Kraft beim Hau den Lukas. Was muss man da tun? Also, sie hauen hier fest drauf mit dem Hammer. Klingelt die Glocke. Dann gibt's einen Preis. Keine große Kunst, aber man braucht Kraft. Ich versuch's mal. Zwei Euro. Pech gehabt. Ho, ho. Ich bin stark. Jetzt hau ich mal. Alle Mann zurücktreten. Sei vorsichtig, Papa Wutz. Du bist nicht so fit. Ho, ho. Ja, Papa Wutz sieht ein bisschen rundlich aus. Was? Ich meine nur, Papa Wutz hat ein klitzekleines Bäuchlein. Geben Sie mir den Hammer. Donner Wetter. So was hab ich ja noch nie gesehen. Sie gewinnen alle unsere Riesenteddys. Hurra. Mama, können wir die Teddys meinen Freunden schenken? Eine gute Idee. Dankeschön, Papa. Ach, wie nett. Vielen herzlichen Dank.